oh mein gott das fängt einfach mal da an wo gold war aufgehört hat ich fasse es nicht disconnect verbindung zum host verloren wahrscheinlich aber wir sind noch in der beta es besteht noch hoffnung und das feuer sieht auch cool aus hallo menschen und herzlich willkommen aus sensor survivor wieder hier und ja auch am sonntagabend ging es noch weiter mit ein paar runden vanguard in der open beta und es wurde nicht viel besser sozusagen und was mir richtig auf den sack ging ich bin hier festgenagelt hört mal im spiel oder im video drauf wie oft dieser scheiß satz fällt und dazu muss ich sagen das video ist geschnitten also es ist nicht ich kann es nicht ertragen ich kann es nicht euch viel spaß mit dem video bis dahin lasst mir gerne ab oder like da wenn ihr mögt bis dahin wir sehen uns euer sens list ich liebe diese schnee map aber ehrlich gesagt ich kann diese ich häng fest ich häng einfach fest ich kann diese gottverdammte grafik engine nicht mehr sehen mit ihren verwaschenen texturen irgendwas es ist es ist verdammt noch mal das vierte game wenn wir warsohn als separates spiel betrachten es ist das verdammte vierte game mit der gleichen beschissenen engine in die man langsam aufs den sack geht sie hängen alle in dieser verfickten bude hier zum ficken deine motors und dann gucken wir mal wieder rüber in diese drecksbude alles spielt sich nur auf diesem oi 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 feuer munition er alles spielt sich nur auf diesem bereich plus diesen kack camperhaus ab wo die alle drin hängen und schimmeln sie hätten sich einfach mal klar zwei drittel dieser match sparen können sie nageln dich hier fest junger deine mutter nagel dich dort fest nageln mich hier fest ich kann es nicht mehr so wir liegen in führung sniper 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 junger weg bist du kleiner lutscher keine munition mehr und diese pistole aber ich treffe einfach nichts mit dieser pistole auf diese entfernung guckt leute sie hängen einfach alle in diesem haus und wir haben es tatsächlich mal geschafft wir sind mal drüben im anderen haus ich kann es kaum glauben da steht einer der muss weg oh mein gott mein aim mein aim alter mit der letzten patron habe ich ihn noch weg geholt ist es denn zu fassen dass der nächste guckt leute sie rennen einfach mal einfach nur hier hinten oder im haus da ist schon einer aus dem haus und da hinten kam der nächste es ist so ein trauerspiel es ist so ein trauerspiel diesen teil hier der map hätte man einfach komplett weglassen können und versuchen wir mal wieder dort in die camperbude zu kommen ok leute wir sind drüben mal kurz komm ich nicht raus warum komm ich da nicht raus ich fasse es nicht sie haben sich mal an die frische luft gewachsen oh zwei zum preis für einen das gefällt mir gut da oben ist einer auf dem dach und ich sag's euch leute dieser bereich hier sie kommen einfach über diesen gott verdammten bereich nicht raus und ich kann diese gott verdammte rakete an den steuern ich weiß nicht wie es geht ich habe mich damit noch nicht befasst deine mutter hat markiert so gut den habe ich passt auf gleich kommen sie wieder alle hier vorn sie stehen alle wieder auf dieser seite hier sie nageln mich hier fest junge 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 wie oft habe ich das schon gehört in diesem spiel und alles spielt sich nur auf dieser seite an und alles spielt sich nur auf dieser seite an wir versuchen mal wieder in das haus rein zu kommen ok wir sind drin ich bin so tot leute aber erstmal nehme ich den noch mit hinter mir hinter mir da kommen sie alle da sind sie alle guckt euch das an da sind sie alle drin wie kann das sein und schon wieder aus dem haus erschossen es ist einfach mal so traurig das map design gefällt mir auch nicht wirklich muss ich sagen so wie es ist bläht es ja absolut zum campen ein und alle wieder hier hinten alle wieder hier hinten da kommt der nächste meine waffe ist leer scheiße hinter der mauer war noch einer da steht noch einer dahinten kamen schon wieder die nächsten ich bin tot so dann nutzen wir doch mal die andere seite der map oh da schießen sie oben aus dem fenster da läuft tatsächlich einer dahinten ich fasse es ja gar nicht da lief einer und ich bin tot von oben ach ne hinter mir Straßenbahn kann es sein dass sie jetzt wirklich den anderen weg für sich entdeckt haben ich glaub's fast nicht sie haben mich festgenagelt sie haben mich festgenagelt sie haben mich festgenagelt sie haben mich festgenagelt was sie haben mich festgenagelt ja sie haben mich festgenagelt festgenagelt 35 ja wenigstens war die runde man ich kann so kacke oi ich bin so play of the game wer möchte das glauben oder ich nicht halt die backen Zeit zum nachdenken wer nachdenkt stirbt der hat's auch zu lange nachgedacht die führung ist unser schießt hier unten netter haben mich meine kleinen Ohren doch nicht getäuscht ne von der seite nicht da kommen sie wahrscheinlich ich läuft bis jetzt kameradenschwein was da läuft Kann ich ja mal nicht über den Zaun drüber springen oder was? Die laufen ja aneinander vorbei, Alter. Deine Mutter bereitet Goliath vor, Alter. Oh, das war nicht mal Vergeltung. Die nageln mich ja fest. Die haben mich ja festgenagelt. Leck mich am Arsch. Ich kann die Scheiße nicht mal hören, Alter. Kann man den Dreck eigentlich auch abstellen? Wenn ich für jedes... Ich werde ja festgenagelt. Alter, leck mich am Arsch. Ich habe mich in Doctex verwandelt. Wenn ich für jeden dieser dummen Sprüche einen Euro kriegen würde, wäre ich schon Millionärjunge. Ja, schön, wie er da oben in seiner Bude hängt. Ich will nicht hier hoch. Wieso ist der Idiot die Leiter auch geklettert, Alter? Na, komm. Zeig dich. Bam! Weg ist er. Rums die Bombs. Hä, wo ist mein Docterk hin? Hä? Wieso war das weg auf einmal? Ich komme mit dieser Drecksbombe einfach nicht klar. Keine Ahnung, wie man das steuert. Alter, habe ich es dem noch gegeben, Junge. Den habe ich es reingedrückt. Dem auch. Ich vermisse diese Abzeichen, Alter. Er kommt geschlichen wie Graf Koks. Junge, wieder Weihnachtsmann. Fehlt bloß noch der Rucksack auf dem Buckel. Oh, ich höre doch Schritte. Feindlicher Goliath unterwegs. Oh, ja. Ich bin festgenagelt. Hunde raus. Scheiße. Scheiße, der Hund ist tot. Mein Hund, Alter. Trottel. Feindliche Vorrechte nähern sich. Er hat eine Betäubungsgranate. Komm, fass Pello. Weiß ihm den Sack ab. Dreifach Abschuss. Komm, Abschuss. Ich habe es echt drauf. Der hat doch gar nichts gemacht, der Idiot. Das waren die Köter. Ich habe es echt drauf, Alter. Leck mich. Deine Mutter hat es drauf. Auf, du Huren. Oh, da drin ist einer. Mein Hund, er verreckt. Ich knall dich ab. Ich kann es nicht mal hören. Ich bin festgenagelt. Der Bastard hat mich festgenagelt. Ich bin hier festgenagelt. Mein Sack ist festgenagelt. Deine Mutter ist festgenagelt. Alter, leck mich. Ich bin festgenagelt. Und vor allen Dingen sprechen die alle gleich. Die sprechen alle so wie ich. Du hast es nicht anders gewollt. Feindlicher Goliath unterwegs. Neue Daten stehen bereit. Nice. Wo ist der scheiß Goliath, Alter? Ich höre ihn doch hier irgendwo rumfahren. Ich bin festgenagelt. Ich bin festgenagelt. Alter, halt's Maul. Er spawnt direkt vor mir. Ui. Das nehme ich. Mann, nehmen. Oh, ich bin wieder ein Tog-Tag. So, komm, die Luftkraft. Weck da. Okay, das ist ein Kumpel. Ja, ist ja gut, Alter. Ich hab's gesehen. Komm, kläre auf. Also, ich sehe nichts auf der... Oh, unsere Zeit. Schade. Aber Sieg. Naja, wenigstens was. Oh, nee. Ist nicht meins. Muss ich ehrlich sagen. Dieses... Ich bin festgenagelt. Ich kann's nicht mehr hören. Grund dafür, das Spiel nicht zu kaufen. Eindeutig. Wird ich wahnsinnig werden. Okay. 'm Yeah. Mm. 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 Mm.